Neulich im Park treffen sich zwei 80-Jährige. Na, wie geht's denn so? Fantastisch, ich habe eine neue Freundin. Sag bloß, sie ist 23. Nächste Woche fahren wir zusammen in Urlaub. Hui, wünsche viel Vergnügen. Erzähl's mir dann, wie's war. Eine Woche später. Na, wie war's? Fantastisch. Essen, Konzerte, Theater, es war traumhaft. Ja, und wie war's mit der Liebe? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag? Ja, fast am Montag, fast am Dienstag. Ein Mann feiert seinen 100. Geburtstag. Ein Reporter will wissen, wie er so alt werden konnte. Der Alte antwortet, ja, kommen Sie in ein paar Tagen wieder. Ich verhandle noch mit einer Brauerei, mit dem Molkereiverband, den Vegetariern und dem Sportverein. Ja, am events am nächsten Tag. Ja, am Montag zum sev Mencher Luki. Wir entspannen euch zum ersten Mal.